Musik So, moin moin Leute erstmal zu einer neuen Folge Max Spezial Und heute habe ich für euch einen C64 Klassiker mitgebracht aus den Jahren 1983, den man neu aufgepeppt hat Sehr zu meiner Freude, denn es ist wirklich ein tolles Strategiespiel, was wir damals rauf und runter gezockt haben Ja, und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das alles so lief Ist ja auch schon ein Weilchen her Wie gesagt, 1983 ist schon eine Ecke Ui, und ich sehe gerade hier, vier Spieler dürfen teilnehmen Früher war das anders Da konnte man nur... Also war es ein Spiel für zwei Personen oder eben für eine Person gegen den Computer So, und jetzt machen wir gerade ein paar Einstellungen hier Moderne Version nehmen wir da Und natürlich die dunkle Seite der Macht Ist ja klar So, und beim Kollegen hier Wollen wir mal nicht ganz so hart anstellen Nicht, dass ich gleich von Anfang an hier schon atomisiert werde Ja, das Ganze wird hier gleich auf so eine Art Schachbrett ausgetragen Wobei ihr die einzelnen Kämpfe zwischen den Kreaturen hier selbst austragen müsst Das ist auch das Highlight des Spiels, würde ich sagen So, dann marschieren sie schon alle Ja, und das Ganze geht dann rundenweise Und wie gesagt, alle Einzelheiten kann ich euch jetzt nicht erzählen Die sind mir nämlich selbst entfallen Ich weiß nur, dass man das Spiel gewinnt Indem ihr den Gegner komplett auslöscht Oder eben hier diese fünf Punkte einnehmt Die ihr hier auf dem Brett seht Zwei habe ich jetzt hier schon eingenommen Und treffen zwei Kreaturen auf ein Feld Kommt es eben zum Kampf Des Weiteren gibt es hier schwarze, weiße und neutrale Felder Auf den schwarzen Feldern hat eben die finstere Seite kleine Vorteile Auf den weißen Feldern die helle Seite Und neutral spricht für sich So, und jetzt kommt es zum Kampf Wollen wir mal gucken Ja, ein ziemlich ungleicher Kampf hier Mein Goblin, der hat nur eine Keule Und sein Djinn, ja, habt ihr gesehen Was der da gerade macht Des Weiteren war sein Energiebalken wesentlich praller wie meiner Aber wir greifen nochmal mit einem Goblin an Wir sind ja hartnäckig Ja, insgesamt gesehen haben die Kreaturen natürlich alle Vor- und Nachteile So, mal schauen, ob er damit schon rankommt Ah, da haben wir schon wieder einen verbrägt hier Komm, los Einer da drauf Und jetzt beiße ich dir eine Beule im Bad Alter, warte mal Zack Und Zack Ah, und da ist er weg So, was macht er jetzt? Oh, jetzt kommt Gandalf hier Ah, ja, 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 ja Jetzt fällt es mir wieder ein Hier, der Gandalf Äh, das ist so seine Hauptfigur Also sein König, wenn man so will Und der hat ziemlich viele Fähigkeiten Äh, allgemein haben die Einzelnen Kreaturen Verfügen über, äh, zwei Fähigkeiten Ach, scheiße Außer eben der König Der hat ziemlich viele Fähigkeiten Im Einzelnen weiß ich gar nicht mehr, was alles Äh, Teleporten gehört dazu Das weiß ich noch Und ja, müssen wir gleich mal gucken Und man kann, glaube ich, auch Äh, eine Figur wiederbeleben Die man verloren hat Scheiße Ein guter Drachen hier Ist nämlich einer meiner Stärksten Figuren hier Neben meinem König Äh So, jetzt habe ich dir aber erstmal Eine Kiste angesenkt, Alter Ja, und diese komischen Felsen Die da kommen und gehen, äh Da kann man natürlich Immer dran, schön dran hängen bleiben Weil die immer zufällig Irgendwo auftauchen Und, äh, gleichzeitig Dienen sie aber so ein bisschen Auch als Schutz Ah Wie ihr ja schon seht Äh, die kommen und gehen Das ist also nicht Vorhersehbar Das Ganze kann man hier auch, äh Schön mit dem Pet spielen Ah, scheiße So, okay Jetzt wollen wir mal gucken Ob wir unseren Drachen Nicht wiederbeleben können Irgendwie, ah, hier Da Das müsste es sein Da ist er doch Ha Okay So, jetzt wollen wir mal gucken Ob wir nicht, äh Seinen scheiß Jinder Auseinanderpflücken können Jetzt kommt mein Dragon Ja, soweit ich das noch In Erinnerung habe Können die Fähigkeiten Des Königs, äh Jeweils nur einmal Verwendet werden Dann ist Ende Also, das sollte man auch In seiner Planung Mit ankalkulieren Scheiße So, da gab es erstmal Wieder ein ordentliches Branding Ja, das Spiel macht Selbst nach so vielen Jahren Oder Jahrzehnten Immer noch Laune Und das zeigt, äh Welche Qualität Damals schon So einige Spiele Na, komm Hatten Also da kann sich So manch einer Heutzutage noch Eine fette Scheibe Von abschneiden Ja, und ich fände es gut Wenn noch viele Softwarefirmen Diesem Paradebeispiel Hier folgen würden Jawohl, da haben wir ihn Denn ich finde Dass es wirklich Eine gelungene Umsetzung hier ist Und es gab wirklich Eine Menge Geiler Spiele Damals So, jetzt wollen wir mal Versuchen Und was wir unseren Joker hier In das Spiel kriegen Ich nenne ihn jedenfalls Immer Joker Weil er die Fähigkeit hat Sich in jeder Seiner feindlichen Kreatur Zu verwandeln Also dessen Form Anzunehmen Hau ab Der will mich noch Ansenken Mein Löwe hier Der kann immer Tolle Eier legen Peng Und er ist weg Okay Jetzt werden wir versuchen Den fünften Punkt Zu erobern Dazu müssen wir natürlich Gandalf bezwingen Mit unseren Jolly hier Der sich auch Duplizieren kann Und die Kunst Daran ist Jetzt den richtigen Zu treffen Den richtigen Gandalf Der falsche bringt Nämlich nichts Das ist nur so ein Spiegelbild Und da ist es schon Passiert Ja Das ist wirklich Kein einfacher Gegner Ja wie gesagt Wäre schön Wenn da noch mehr Neuauflagen Alter Klassiker Rauskommen würden Ich denke da an Spiele Wie Summer In Winter Games Oder Katakis Ja das war ein geiles Spiel Oh jetzt greift er mit So einer fetten Keule an Okay Ja sein Golem Der hat Ziemlich viel Power Ist aber lahmarschig Aber ich wollte eben Nur was zu Katakis sagen Katakis war ein Super geiler Weltraum Action Shooter Der seine Zeit Weit voraus war Und das Teil Entstand aus der Deutschen Software Schmiede Rainbow Arts Aus Gütersloh Und was die Jungs Aus dem Brotkasten So nannten wir damals Liebevoll Unseren C64 Rausgeholt haben Also das war der Wahnsinn Grafisch Schon ein Leckerbissen Man darf dabei Natürlich nicht vergessen Dass wir Damals mit den C64 Einen Arbeitsspeicher Von 64 Kilobyte hatten Zum Vergleich Jeder kleine Taschenrechner Hat heute mehr Weitaus mehr Und so gesehen War das was die Jungs Da vollbracht haben Seiner Zeit Weit voraus Aber auch die Ideen Die da Hinter manchen Spielen Steckten Diese Tiefe Und Kreativität Die sich damals Ja noch gar nicht Alle so Umsetzen ließ Wenn man das Vergleich mit so Einen einfallslosen Scheißhaufen Der einen da so Manches Mal Heutzutage serviert wird Ja dann muss ich sagen Okay Grafik und Sound Hat sich natürlich Logischerweise Alles verbessert Aber was die Kreativität Und die Tiefe Der Spiele angeht Da hat man sich Dann doch schon Stellenweise Ganz schön zurückentwickelt So und da ist Der dicke Flöten Ja es gab zum Beispiel Ein Spiel das hieß Movie Monster Game Und da hat man Eine Person gespielt Die jetzt ins Kino ging So und am Kino Angekommen konnte man Dann wählen Zwischen drei Filmen Die alle irgendwas Mit Monster zu tun hatten Ja und dann hat man Sich ins Kino gesetzt Der Vorhang ging auf Und mit einmal War man selbst Hauptakteur im Film Beispielsweise Godzilla Der dann die ganze Stadt Verwüsten musste Das war natürlich Alles verbunden Mit sehr langen Ladezeiten Weil die Technik Eben damals Noch nicht so weit war Mein Brotkasten War durchgetunt Und er hat 202 Blocks Glaube ich In 17 Sekunden geladen Was schon enorm war Und hatte einen Wert Mit Floppy Disk Glaube so um die 1500 Mark Was auch sehr sehr Viel Geld Früher war Und ich war ja noch Schüler und musste mir Das dann alles so Zusammensparen Und hab dann auch Schon hart gearbeitet Dafür Früher hat man da Nicht so nach gefragt Wegen Kinderarbeit Und so Und habe dann In der Spedition Wo mein Vater auch Gearbeitet hat Mitgeholfen Und dann kam natürlich Konfirmationsgeld Und Weihnachten Geburtstag Etc dazu Bis ich das Geld Eben zusammen gehabt hatte Und hab dann auch Angefangen selbst zu Programmieren Sehr erfolgreich Hab da so einiges Auf die Beine gestellt Und hätte ich auch Beibleiben sollen Wer weiß was dann Heute aus mir Geboren wäre Aber ich hatte eben Auch noch andere Hobbys Wie zum Beispiel Fußball Und ich habe später Angefangen Musik zu machen Und habe da meine Eigene Band gegründet Ja und das war eben Auch eine tolle Zeit So und jetzt wollen wir Aber versuchen hier Den Deckel drauf zu machen Endgültig So Grandalf Jetzt bist du reif Der obere ist der richtige Zack Ah scheiße Hat er mich auch wieder getroffen Warte Da Das war's Jawoll So war das Sehen Ja hat sehr viel Spaß Gemacht Ich hoffe ihr hattet Auch ein bisschen Spaß Und ich konnte euch Das Spiel ein bisschen Näher bringen Wer Interesse hat An diesem Spiel Ihr bekommt es Für 10 Euro Bei Steam Am Kopf geschmissen Ja und wie gesagt Ist ein cooles Spiel Kann man zwischendurch Immer mal eine Partie zocken Ich denke ich werde jetzt Hiervon keinen zweiten Teil Machen Weil das Spiel Soweit erklärt ist Und wir werden Das nächste Mal Wieder irgendetwas anderes Zocken Ich verabschiede mich An dieser Stelle von euch Und wünsche euch schon mal Ein wunderschönes Wochenende Und bleibt mir treu Bis zum nächsten Mal Euer Max Bis zum nächsten Mal